Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft Tempel von Katmoguuu Genau Katmoguuu Uh Moguu 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 Katmoguu Ach ihn Oh ein Hexe ist dabei Ich freue mich Was wollt ihr von mir Ich habe ein kleines bisschen Legs gerade Das liegt daran weil ich gerade das Video für morgen früh schon mal hochziehen Und ja Das schafft meine Leitung nicht Ein Video hochziehen Und Gleichzeitig spielen Das schafft meine Leitung Nicht Leider So Dann wollen wir ach Erstmal Zack Ich habe hier so ein bisschen Zeit für zu Wenn ich absteige Aufsteig Habt ihr gesehen Wenn ich jetzt buffe Klopp So eine Sekunde ungefähr Könnt bei PvP viel sein Dann machen wir es lieber so Dann machen wir es lieber so Habt ihr gesehen wie ich rüber gestiegen bin Ach da war die Quespa hier nicht Und Nimm meinen Wasserläufer Da drüben läuft die Allianz Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Und ein Todesritter an den Krieger Das ist 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 Ja Das ist Ja e wir brauchen zu messen also der TK geht ja auch ganz schön ab hier geführt ich wurde geführt boah jetzt liegt das aber ganz schön hier hallo und Okay. Ich bin ein Riesenbär. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt in Tanzen? Meine Tanzen ist gar nicht. Ich bin ein Riesenbär. Wir haben nicht gekillt. Naja, ich bin auch selber schuld. So einen hohen Stack, wie ich hatte, da rein zu fressen. Das ist Selbstbord. Einmal Waffen. Auf der Link. Na, der Dekal ist jetzt auch tot. Okay. Allo? Okay. Okay. So, da sind sie wieder. Und wieder alle sammeln. So, da sind sie wieder. 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 mädchen nicht jürgen unterreihen wir haben jetzt 2 und 2 wo wir einen kleinen Vorsprung haben jetzt hau den hier erstmal kaputt hat sich der Heiler das Ding des Dingens gespürt hat sich der Heiler den Berserker geschnappt an zweiter Stelle heftig zweiter Stelle das war mal eine Runde eine nice Runde wieder so ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschüss tschüss ach und bevor ich es vergesse ich werde wahrscheinlich nächste Woche Montag die Zeit nichts machen weil ich erst am Dienstag wieder nach Hause kommen werde bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen tschüss tschüss Vielen Dank.